Warum habe ausgerechnet ich kein Mädchen? Mir wurde ganz schwarz vor Augen, als du mich geküsst hast. Was haben Sie geleistet, um Anspruch auf ein Mädchen wie Clara zu erheben? Der Anspruch der Liebe. Sie Viertelfaust. Ich brauche mich von Ihnen nicht beleidigen zu lassen. Sie beleidigen uns mit Ihrer Werbung, schweigen Sie. Schreiben Sie etwas, was die Leute verstehen. Was Sie verstehen, das kaufen Sie auch. Ich will gar nicht von jedermann verstanden werden. Das Passionierteste, was ich je geschrieben habe. Ein einziger Herzensschrei nach dir. Bravo! Robert! Ich spiele aus der Sonate G-Moll von Robert Schumann. Clara ist in der ganzen Musikwelt ein Begriff. Ein Stern. Sie dagegen kennt man nicht. Man wird mich kennenlernen. Das kleine Stück heißt Träumerei. Ich habe viele solcher kleinen Stücke geschrieben. Ich bin überhaupt in allem, was ich schreibe, viel heiterer, weicher und melodischer geworden. Ich bin in der Gegend gefahren. Ich bin in der Gegend gefahren. schönen, auch der Vater, was ich schreibe. Da ist ein Bisschen. Sie careful. Vielen Dank.